Willkommen zum Seminar MS Word 2019 Grundlagen. Hier erfahren Sie alles zu den Seminarinhalten. Unser Seminar gibt Ihnen einen praktischen Überblick mit vielen Anwendungsbeispielen zu den Funktionen von MS Word 2019, das zu Office 365 bzw. Microsoft 365 gehört. Wir vermitteln Ihnen verständlich die Eingabe und Bearbeitung von Texten, die individuelle Gestaltung von Dokumenten und geben Ihnen handliche Tipps, um das Programm effizienter zu nutzen. Das Seminar eignet sich für den Neueinstieg in oder Umstieg auf MS Word 2019. Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihr Weiterkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.ifm-business.de